Leute, ich wollte euch nochmal eine kleine Information geben und zwar, ich werde gleich auf Instagram livestreamen. Ich werde auf Instagram philipsmx7, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde es vielleicht jetzt nochmal gleich verlinken in meinen Instagram-Account. Also geht in die Videobeschreibung, da kommt ihr sofort auf meinen Instagram-Account und dann könnt ihr den Livestream anschauen. Ich werde gleich, wie gesagt, starten, sofort wenn wir loslaufen oder kurz davor werde ich den Livestream starten. Ich wollte euch nochmal die kleine Information geben, weil ich auf YouTube irgendwie gerade nicht livestreamen kann. Ich weiß nicht, was los ist gerade, keine Ahnung, da ist auch mit einem Fehler. Eigentlich wollte ich auf YouTube livestreamen, aber geht leider nicht. Deswegen mache ich gerade das kurzfristige Video für euch, ihr auch Bescheid wisst. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich auf Instagram. Also let's go Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf euren Besuch. Bis gleich Leute. Artikel 13 Demo habe ich vergessen zu sagen.